Der große Gasthof, ein typischer Traunviertler-Vierkanthof, besteht seit Jahrhunderten und wurde kräftig aus- und umgebaut. 2008 die Generalrenovierung des großen, hellen Rezeptionsbereiches mit Tagescafé. Mit 50 bis 350 Sitzplätzen ist der neu renovierte Veranstaltungssaal die ideale Location für Hochzeiten, Firmenfeiern und andere Veranstaltungen. Für Seminare bieten sich die drei großen Seminarräume mit modernstem Equipment an. Schöne große Gästezimmer und die neu errichtete Sauna lassen keine Gästewünsche offen. Zu den bereits 77 bestehenden Gästezimmern kommen ab Ende August noch 20 neue Zimmer im neuen Wirtimfeld Motel hinzu. Vier gemütliche Stuben und die Gickerlbar im Erdgeschoss laden zum Zamsitzen mit Genuss von regionalen Schmankerl, Bier- und Weinspezialitäten ein. Das Sortiment der Winnothek im Keller umfasst feine Weine aus fast allen Weinbauregionen Österreichs, aus dem Piemont und Griechenland. Josef, Karl und Theresia Schweinschwaller, Wirtimfeld im Dittach.